Meine verehrten Damen und Herren, ich mache heute ein Video, nämlich wenn ich ein Gegentor bekomme, dass das Video zu Ende ist. Köstlich, schmöchtlich. Ich hätte gesagt, wir legen mal los. Los. So, wir sind hier in der Runde drinne und ich werde alles dafür tun, dass dieses Video so lange wie möglich geht. Ach, Digger, ich habe so miese Blähungen, Bruder. Okay. Wir sind zwar krank unterlegen, aber solange sie kein Tor machen, ist doch alles im Wichs. Oh, Digger, du Hurensohn. Fuck.